ich bin halt wieder ich bin heute im wunderschönen Aflenz erlaubt wieder einmal in der Bikerin Aflenz ich mache heute ein Track Preview vom neuen Windgruben Trail der ist gestern am Freitag eröffnet worden ich habe heute meinen Cousel dabei und ja wir machen jetzt ein ganzes Track Preview viel Spaß beim Video wir haben jetzt leider ein Problem und zwar habe ich im Intro gesagt wir machen ein Track Preview vom Windgruben Trail das ist jetzt im Video leider nicht der Fall warum? es hat gestern wieder nachher auch noch sagen wer so geschieht dass wirklich die oberen Trails die höher gelegen sind einfach so gatschig sind dass man die fast nicht fahren kann und deswegen gibt es jetzt ein Preview von der zweiten und von der dritten Stage vom AP Trail ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß ich hoffe es macht nicht so viel aber am Mittwoch wird dann wahrscheinlich eben das Video vom Windgruben Trail kommen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschö Tschö Auf Wiedersehen Sonst kann man auch aussehen nicht voll rein ja mit Wir sehen die Frage Wann Ok komm, komm komm, komm komm Next ist rumdreh Jetzt geht es wieder auf den Waldboden Jetzt kommen wir unter dem Rift vorbei So, jetzt kommt ein bisschen ein technischer Teil mit einem Norschau drin, also Holzbrücken. Oh, jetzt kann man springen, richtig schön zu fahren. So, das war jetzt einmal die erste Stage, also nicht die erste direkt, aber es gibt da jetzt so drei Stages vom AP-Trail und das war jetzt die zweite, ich habe mir gedacht, ich lasse die erste im Video jetzt aus, warum, weil es gestern am Abend voll geschittert und das ist jetzt nicht so lustig gefahren, weil es extrem gatschig ist, aber die unteren zwei Stages gehen und ja, das war die erste. So, da sind wir auch schon bei der letzten Stage, also für die ist so ziemlich, finde ich, die schwerste Stage, weil es auf den extremsten Stein runtergeht, aber es ist trotzdem viel lustig. Was war denn jetzt los? Das war jetzt einmal knapp. Aber das Wichtigste ist natürlich, nach so einem Sturz gleich weiterfahren und nicht irgendwie herumtouren und sich was nicht mehr trauen, weil das kann ja mal passieren. Aber wir gehen jetzt gleich wieder an. Passt. Trotzdem Sturz geht es jetzt weiter. Ja. Einig schön. Ja. Jetzt kommt der Sprung. In Waldbahn. Ja. 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 Das waren die letzten zwei Stages vom Abtrail. Ich hoffe euch hat das Video wieder gefallen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal, genau gesagt am Mittwoch. Ciao